Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe gedacht, wir machen ein bisschen Vlogmas. Ja, jeden Tag im Türchen und zwar Diamond Painting. Das ist von Big Mundo. Wir machen gerade mal auf. Mit einer Hand geht er schwer auf. Und innen drin sieht er so aus. Und wir können das erste Türchen öffnen. Nummer eins. Und ich gebe das gerade noch hier aus. Da haben wir jetzt eine Anleitung Schritt für Schritt dabei. Diese Steinchen zum Bekleben dann. Das ist Kleber. Das ist Stand Equipment Big Mundo. Genau. Und eben der süße Teddybär. Soll das wahrscheinlich sein. So ein Schlüsselanhänger. Das ist jetzt in Türchen Nummer eins. Genau, das ist jetzt Tag eins. Da steht der. Der kann nicht mehr stehen. Dann lege ich ihn. Ja. Türchen Nummer eins. Werde ich natürlich nicht heute mache. Hier steht auch extra, wo Steinchen Nummer eins hinkommt. Und ja, das ist Türchen Nummer eins. In letzter Zeit kam natürlich relativ wenig. Ich habe aber gedacht, wir machen wirklich dieses Jahr einmal ein Vlogmas. Wird ein bisschen schwierig werden. Morgen bin ich nämlich unterwegs. Aber da werden wir dann Türchen Nummer zwei öffnen. Und ja, ich weiß nicht, wann ich Türchen Nummer drei öffnen kann. Ähm, vielleicht nehme ich das mit. Muss ich mal gucken. Ähm, Türchen Nummer drei. Dass ich das euch zeigen kann. Und ja, Türchen Nummer eins war jetzt das. Genau. Ähm, mehr erzähle ich euch dann, wenn ich wirklich mehr Zeit habe. Ähm, was genau los ist. Also ich hatte einfach keine Lust auf YouTube. Ähm, möchte ein paar Sachen ändern. Aber das kommt alles in ein Video, wo ich wirklich mehr Zeit habe zum Reden. Genau. Auf jeden Fall. Türchen Nummer eins. Ich freue mich drauf. Ähm, das werde ich wahrscheinlich im Stream dann machen. Ähm, ja. Muss ich mal gucken. Wird alles in einem Stream einmal gemacht. Und dann gefilmtet. Äh, ja. Genau. Auf jeden Fall danke fürs Zusehen. Und ich sehe ein bisschen Zeit zu Hause aus. Liegt daran, dass ich arbeiten war. Ähm, auf jeden Fall danke schön fürs Zusehen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Also morgen. Bis dann. Ciao, ciao.